So und weiter geht es auf den Weg von Nicobelics Schicksal hier bei GTA 4 Ja mit euren Gegner Tobi und weiter geht es Ja wir müssen jetzt mal abpowern, der Deal ist geplatzt Wir müssen uns auch hier im Museum durchkämpfen Und sind jetzt hier am Ausgang Ja wir müssen jetzt Isaks Crew abhängen Ja Das machen wir jetzt auch Ich schliefe mich doch nicht da ab Ich schaue es wirklich an ey Und tschüss, mich seht ihr nicht mehr Alter Nun ist es noch nicht meister Nee, übrigens eben mir schon einmal nicht mehr so Ist das wieder orszüb, Mann Waaah, ich bin aus der Windschutzscheibe rausgeflogen und ich will jetzt auf die anderen warten, weil ich die umbringen will. Ich hab keinen Bock mehr. Waaah, 9500. Das ist doch schon mal Moos, ne? Okay, okay, okay. Hey, Taxi! Taxi! Yo, Taxi! Wo wieder Schutzkleidung, man? Ah, Moment, Moment, Moment. Ja, da hin. Nicht, dass wir wieder zur anderen Insel hinfahren. Wär auch bisschen doof wie doof wie Doofkopf. Äh... So, Waffenladen. Hallo! Hallo! Was geht ab bei dir? Jo! Ich wollte gerne mal Schutzweste haben und dann nehme ich hier ein bisschen was von der... Ähm... Wo ist die M4 eigentlich? Wo ist die... Ja... Hey! It's me, Kate! You have anything? I'm bored! Of course! I'll be there in an hour! Great! See you soon! Okay, bei der Kate können wir ja nichts abschlagen. Sie ist ja echt ne Süße. Unsere süße, schöne Kate. Hey! Äh, warte mal. Wo wohnt sie eigentlich nochmal? Wo ist das nochmal? Wo ist die Kate? Kate? Äh... Wo ist denn eigentlich das Herzchen? Hä? Ach, da hinten! Oh, das ist echt weiß. Ne, 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 ne. Das muss man sich nicht antun. Nein! Oh... Wo fahr ich da hin? Ich bin immer viel zu stellbedrücken, ehrlich. Äh... Ja, 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 sorry, sorry, sorry. Ich muss nicht wegfahren jetzt, ne? Ich bin ja bloß nicht ein. Dafür kriegst du ja noch ein bisschen mehr Kohle, yo! Äh... Wo ist das denn? Alter, da! Ey, so weit weg ist die? Äh... Ach, wir müssen ja jetzt mal sie von der Arbeit abholen, oder was? Es geht ab. Ich dachte auch mal, äh... auch mal zu Hause, oder so. Thanks a lot. Peggy ist jetzt ein Freund. Kannst ihn anrufen, oder irgendwie was, was wir die machen. Okay. Peggy ist beleidigt, weil wir jetzt nur nicht Zeit für ihn haben. Weil die Kate ihm halt viel hübscher, viel toller. Und natürlich unser Ding ist, ne? Kannst du uns eine Karre? Natürlich will ich eine Karre besorgen, meine liebe, schöne Kate. Oh, das sind die Cops. Jawohl, ich will hier einen guten Eindruck hinterlassen. Ne, ne, jetzt gibt's kein Taxi. So... So... Aber... Alle... ... ... Ist Kate so, die da abgeht oder was? Na ja, übertreibt man nicht. Ja, unser Auto ist sauber. Siehste Kate? Wir sind ein toller gepflegter Typ. Sie ist schön mit einer blitzeblanken Karre. Die außerdem geklaut ist. Ja. Aber voll stumpf, ne? Man macht ein Date. Man klaut eine Karre. Dann geht man in so einen Waschsalon. Soll man zeigen was für so ein toller Typ man ist. Außerdem hat man jetzt... Ja. Aber unsere Windschrift... Also unsere Scheinwerfer scheint noch zu funktionieren. Äh, dieses Mal will ich mal zu Clucking Bell. Fand ich immer so geil bei San Andreas. Boah. Chill mal euer Lieb. Chill, 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 chill. So. Da wären wir. Nein. Das schmeckt gut. Na Kate? Hat lecker geschmeckt meine Süße. So. Dann werden wir sie wieder nach Hause bringen. Oh. Oh. So. Oh, die Karre lässt sich auch nicht wirklich gut lenken, finde ich. Lässt sich gar nicht gut lenken. Oh. Oh. Da 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 da. Wir sind gleich da, Kate. Wir wollen natürlich mehr von der Kate eigentlich. Äh, was muss man immer machen? Ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen toll fühlen. Oh. Was ist das? Voll. Naja, am wenigsten haben wir ja, äh, tollen Date gehabt mit ihr. So. Wir werden erstmal wieder zurück zu unseren Rafer, glaube ich. Geh mal raus hier. Gucken wir mal, was der Raid jetzt für uns hat. Warte mal schauen, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. 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 Oh, Mann ey. Das ist auch so kaputt von der Arbeit, ey. Ein bisschen gepennt. No say on the subway. Gucken. 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 Nois. Das ist nicht wirklich. Ich habe sicher. Ja, ich bin sicher, du bist ja schon viel einiger. Du ver terminier ich. Das heißt nicht, bin ich der? Ja. Ja, ja, ja. Okay. Dann muss ich die abgehen. Abgehen! So, wir müssen zum, äh, treffen der The Last. Oh, das passt ja. Dann fahr mal hin, du toller Taxifahrer. Hat er die ganze Zeit auf uns gewartet, oder was? Das ist ja immer nett. Ja, ja, alles klar. Hau mal rein, du. Eine schöne Feierabend, ne? Du Sack, du. Hau mal rein, du. Viel Spaß noch. So, guck mir mal. Du hast du etwas, was mit meinen Arbeitern gehört. Du hast du etwas, was mit meinen Arbeitern gehört. Das ist der Scheiße, den Johnny aus dem Diamant Loot. Hey, wenn wir sehen, ob er kann mit realen Amerikanischen Bikern. Hey, wir machen das! Könnte ich das einfach machen? Hey, cool, den haben wir sogar für uns zwei noch ein Bike übrig gelassen. Hey! Das ist das Problem mit meinen. Keine immer zu viel aus. Alter, wieder abhauen, komm her, wow, du blöder Taxi, ey, was ist denn in der U-Bahn? Ey, bist du irre oder so? Weiß schon, dass es irgendwie bekloppt ist. Wow! 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 Alter! Alter, ich komme auf! Ja, endlich, ey! Das wäre auch ganz schön heftig gewesen dann, ey! Super! Ja, super! Oh, hier ist sogar ein Baseballschläger versteckt, hier. Naja. Bringt ja nicht wirklich viel was. Ähm, außerdem... Wir werden ja immer von der Brücke hier runter in den Zug einsteigen. Einfach so? Hä? Und das denn? Das bringt doch gar nichts. Ach, der Zug hat da bestimmt einen Unfall gebaut und es kann ja wohl nicht mehr abgefahren werden. Naja, stört uns ja nicht, wir haben das ja wenigstens geschafft. Aber der Bike hat ganz schön viel ausgehalten und das war aber eine heftige Verfolgungsjagd. Was Reil ruft er dann? Hey, Nicky! Du bist ein guter Ehrner von mir und ich empfehle das. Ich schaffe dir eine Kugel. Was hast du erwartet? Es schaffe es. Es ist ein Foto, das heißt Talbot. Talbot Daniels ist in der Triangle. Er ist in mir für etwa 10 Gs und er sagt, dass er etwas über Florian Kravich weiß. Florian? Deine Tage sind vorbei, mein Freund. Dieser Mann sollte dich in die richtige Richtung. Hey, Babe! Du bist ein Leben für dich auf dem Weg. Oh mein Gott! Ah! Ah! So ein Leben für mich ist. Wo jaka zu sprechen? Wo wird die jetzt die Kontaktlinie angezeigt? Ich verstehe ich jetzt nicht. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Das könnte interessant werden. Guck mir mal. Ist das jetzt schon so weit? Dass sie erstmal den ersten Typen jetzt gefunden haben, der Nico so gesehen verraten hat und alles? Hey! Oh. Welcher Taxi jetzt? Welcher Taxi? Ne, egal. Ne, egal. ...who will lead us to him. Talbot? I know him from some of the card games I play. So, we're finally going to kill Florian Kravich. ...we're finally going to kill Florian Kravich. ...who will lead us to this guy? You're a rich chopping board! Okay. Sometimes you just got a- Ugh, is that the hate to go? You're really going to feel better when Florian is dead? So, we will find out. Egal man, der Typ muss sterben. Der hat uns ja auch verraten. Und der ist das auch nicht einfach gemacht. Man hätte ja irgendwie das anderes regeln können. Aber... Ich glaube, ich hab mich früher mal was für was anderes entschieden. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn man sich was für was anderes entscheidet, wie das ausgehen wird. Dann gucken wir mal, ne? Hey, das ist der? Ah. Okay, dann zeig ich's mir, Mann. Du Schisser. Mal gucken, wo der... steckt der Typ. Dann steck mal ein. Roman geht mir erstmal zur Sicherheit auch hinten ein. Wenn ich ihn finde. Wenn ich ihn finde. Wenn ich ihn finde. Okay, ähm... Wenn ich richtig bin, Bronis Platz ist irgendwo in der Stadt. Bleib auf der Straße. Oh, hallo! Ach so, der sagt uns das jetzt oder wie? Okay. Einfach der Straße voll. Okay. Okay. Wo rechts? Da. Okay. Bestimmt war der gerade aus erstmal, ne? Okay. 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 I cannot work at this speed. No siree. This is the way. Keep going. Okay. Chill mal. Jaaa. Alles schon wieder abgeht. Nichts verkehrtes sagen. Gut. Ja. Ah. Das ist auf Bernie's Platz. Ja. Wenn ich ihn mit Florian habe werde, er wird begegen zu sterben. Das ist das Teil der Freunde. Das ist das, was dein Freund kann sich darauf achten. Geh weg von hier jetzt. Du hast dein Job gemacht. Ja. 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 Niko, bitte komm, bitte komm! Fuck, komm! Florian! Ode son zbogtebe, Durkajijon! Otwori! Oh, Alter, Niko, ey! Florian! I've come for you, Florian! Oh, go away! Florian! Yesi totti! Niko? What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out. You know, toned up the... Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me. Roman? You put on a few vanity pounds. What are you guys doing here? Why did you kick my door down? I've come to ask you some questions. It wasn't you, was it? It wasn't me. Who set us up? It was you or Darko. I thought it must be him. Oh, my God. You think it was me. That's why you are here. You've come to kill me. Well, screw you, Niko, Bellic, and fatty Roman! It wasn't me, wasn't? I wouldn't do that! Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now. After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach. And I teach an aerobics class. And I'm in love. He's married. He's so doomed. And he's in politics. He's the deputy mayor. Bryce Dawkins? But he's so at the family values. Oh, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope! I'm not sure. I heard he was still in Europe or Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. We have to find him. We have to find him. I think he's a bit freaked out. But I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see you. Well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! Hey! Hey! Er hat sich bestimmt jetzt umgenannt. So, Florian has changed? Yes. He's moved on from what happened to you. You should have moved on too. What are you going to do? He may not be here in Liberty City. But he's still out there. I will find out where Darko Brevich is. And I will make him answer for his actions. We know now that it was him. I need to be alone now, Roman. Sure. I'll see you later then. Call me. Okay? Also war es wohl dieser Darno... äh... Darko Brevich, oder wie er hieß. Er ist also der, der uns verraten hat. So sieht das also aus. Ja. Nicky, du weißt ihn? He wasn't the one I was looking for. Too bad, Jake. I did what I could. Na ja, auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass Darko der Verräter ist. Und den müssen wir danach auf der Spur gehen. Okay. Das war es jetzt mal von diesem Part. Ich hoffe, ihr seid demnächst wieder mit dabei. Dann geht's ja wieder weiter, ne?